so wie der schon hat sich verbessert so schade dass wir keine pfeile mehr haben das wäre so schön also wir müssen übrigens nicht töten wir können auch einfach gehen aber naja wir gehen jetzt mal außenrum dann können wir nämlich den zweiten magiker brunnen auch noch machen unsere magiker auffüllen und uns wieder eine bessere rüstung herzaubern dann wobei wir jetzt drüben sind dass unsere magiker fast voll wir können jetzt einfach im schleichen angreifen ausgerechnet jetzt muss er hierher schauen und hat uns gesehen beschwörung hat sich verbessert mal kurz heilen auf fernkampf gehen und versuchen ihm auszuweichen jetzt hat er kein magiker mehr so wie es aussieht na komm recht zu früh den schild fallen lassen ach jetzt ist hier ja gar keine mehr feuersalze so schön dann wird es drei feuersalze insgesamt so jetzt haben wir uns noch den brunnen von da drüben ich weiß nicht ob wir den brauchen werden aber egal danach springen wir einfach rückwärts runter so bist es fährt nicht mit also es nimmt uns nicht mit schreien des bedauerns wir speichern ein meister des blockens hat die chance einen irgendwas ach muss ich beide machen das weiß ich gar nicht mehr ein flammenatronach wahrscheinlich auch wieder zwei und wir sehen nein ein skump ein flammenatronach und ein skump wir sehen aber erstmal nach oben oder ach ich weiß nicht so was gibt es hier schönes wir haben hier einen schwachen tank der extra rei vielleicht müssten wir nicht mal kämpfen ja gut aber das ist ein flammenatronach ich will eigentlich gar nicht runterfallen wir könnten aber wir holen uns den skump wir gehen darüber und zeigen uns so dass uns der skump zieht aber der andere nicht das ist der flammenatronach das ist der flammenatronach das gleiche hat sich verbessert das gleiche hat sich verbessert wow er hat uns gesehen Oh Zerstörung hat sich verbessert. Mist, ich glaube, jetzt sieht uns der andere, oder? Vielleicht auch nicht. Nein, der sieht uns nicht. Cool. Na komm. Schwertkampf hat sich verbessert. Gumphaut und zwei Gold. So, wir heilen uns jetzt und warten, bis der Magiebrunnen wieder da ist. Der dürfte gleich wieder bereit sein. Glaube ich. Ja. So, wir haben wieder volles Leben. Uh, plötzlich steht er da. Beschwörung hat sich verbessert. Komm, versuch's doch. Locken hat sich verbessert. Ist aber jetzt gerade mein Speck kaputt gegangen. Japp. Okay, holen wir uns wieder die Handschuhe zumindest. Komm her, komm her. Du kannst, kann ich auch. Oh. Leicht zurück, du hast dich verbessert. Au. Wo ist der? Oh. Tod. Na gut. Betätigen wir den Schalter. Zweite von zwei Schlüsseln wurde entriegelt. So, wir gehen jetzt rüber auf die andere Seite. Dann haben wir schon das meiste gemacht. Okay. Wir bleiben auf dieser Seite. Halt. Ich glaube, wir müssen da drüben rein. Also raus. Wir speichern. Da drüben werden wir den Dremora genau in die Arme gelaufen. Und hier laufen wir den Dremora in die Arme. Das ist ein Rübel. Ich muss resistieren. Auch wenn jetzt vielleicht der zweite dann gleich kommt. Nein, kommt nicht. Ein D3-Herz. Ein Skump. So. Tja, ja. Ich glaube, der oben könnte uns hier nicht sehen. Aber der Skump tut es. Komm, komm, komm. Greif mich an. Na komm. Komm bei Fuß. Jetzt kommt der. Na, Kampf hat sich verbessert. Das ist unfair. Wow. Ein Kühnwald. Ich brauche Tränke. Ich brauche dringend Tränke. Und ich könnte den Skump beschwören. Ähm. Außer wiederherstellen. Nehmen wir den da. Ähm. Lebensenergie wiederherstellen. Schaden Lebensenergie. Schaden Lebensenergie. Oh Mist, ich habe keine Waffe mehr. Hm. Nehmen wir den da. Dann. Ach, da hätten wir noch einen schwächeren. Okay. Dann haben wir noch. Den beschwöre ich jetzt. Wenn der ins Kampf hat, füge ich auch einen. Jetzt muss ich mich heilen. Machen wir was. Ich, der andere Tank ist auch ausgelaufen. Skump, mach mal was. Okay, wenigstens Skump ist tot. Fall um. Leichte Richtung hat sich verbessert. Mich hat noch jemand gesehen. Einer von unten wahrscheinlich. Skump haut. Ich muss jetzt ganz schnell mein Leben regenerieren. Ich weiß nicht, von wo der kommt. Kommen wird. Von da kann es nicht sein. Wir haben den Sanguis alle getötet. Er würde alles von unten kommen. Außer, dass es ein Klanfeder da unten irgendwie steht. Ah, jetzt sieht er uns nicht mehr. Sehr gut. So, speichern wir Hallen der Schande. Nicht gut. Ich hoffe, das war der Einzige. Ich bin zu schwer belastet. Oh, na toll. Um ein K... Ähm, Austausch wiederherstellen. Lebensenergie wiederherstellen. Ach, komm. Mag ich ja wiederherstellen. Lass den Blödsinn. Verliert und fallt. Ja, so mag ich das. So, gebundene Handschuhe. Für hoffentlich mehr Schaden. So, Gewicht der Schuld. Ja, 43 Kilo können wir leider nicht tragen. Auch das Schild nicht. D3 hat so die unreine Perle können wir tragen. Und... Müssen wir jetzt aber warten. Irgendwas hat sich jetzt verbessert. Ich weiß aber nicht was. Vielleicht Nahkampf, vielleicht gleich die Rüstung oder sowas. Athletik. Was anderes hatten wir nicht. Ah, weiter geht's. Ja, doch, wie die Herstellung hätte es noch sein können. Oder kann man durch Tränketrink eigentlich auch Alchemie verbessern? Oder geht es nur durch Zutaten? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja. Man kann übrigens auch weitere Effekte der Zutaten nicht einfach nur durch Alchemie, sondern auch durch Essen der Zutaten herausfinden. Falls ihr das noch nicht wusstet. Aber ich esse ungeirrne Zutaten. Ich mach daraus lieber Tränke. Deswegen warte ich immer. Speichern. Da ist ein Blutbrunnen, der aktiv ist. War da drüben nicht gerade eben noch einer? Zwei. Einer von denen hat uns gesehen. Durch stetiges Üben habt ihr weitere Kreaturen entdeckt, die ihr von den Ebenen Oblivions herbeirufen könnt. Ihr seid jetzt Lehrling der Beschwerungsmagie und könnt Beschwerungszauber der Lehrlingsstufe wirken. Geil. Ey, lass den Blödsinn. Zittert. Weichei. Wo bist du? Ich brenne irgendwie. Auf die Knie, Feigling. Ich sehe so wenig. Jetzt ist es einfacher. Genau, lichtig zu dem anderen. Lichtig zu dem anderen. Und bleib liegen. Geschenk der Flamme. Feuerstein. Ein Punkt für zehn Sekunden an Schlag. Tank des Lichts. Und ein D3 Herz. Ja. So, zum Glück hat uns der linke gesehen. Nicht der rechte. Nicht, weil der einfacher gewesen wäre. Sondern. Da unten hat uns ein Scum gesehen. Sondern, weil der, ähm, der linke, der war ein Ausgang. Wir können da jetzt einfach durch. Warten aber noch kurz, ob der aufhört uns zu sehen. Der kommt tatsächlich hierher. Und schießt auf uns. Irgendwie. Naja. Hier sieht ihr uns nicht mehr. Dann bleiben wir einfach mal hier kurz. Jetzt sieht ihr uns wieder. Na toll. Ich geh einfach raus. Jetzt sieht uns der. Oh, okay. Nicht genug Magie. Aber dafür. Bleib hier. Und du führst jetzt diese Handschuhe. Okay, dann fährst du halt diese Handschuhe. Ich nehm mal einen Ausdauertrank. Ähm. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Nehmen wir. Nehmen wir den da. Der Rüstung hat sich verbessert. So, Tank des Meeres. Detererherz. Zaubernde Gegenwart. Und Skampe. Ja, geil. Wir haben einen neuen Skampe-Schwurm bekommen. Wie der Herrschlung hat sich auch verbessert.